Hallo, ich bin Dirk Verwein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal wieder das Thema Speicherkarten. Heute möchte ich euch hier diese Compact Flash Express Typ B-Karte von Pergea vorstellen in der 512 GB Variante. Warum das für mich so interessant ist? Ich habe die Canon EOS R5. Und ihr wisst, wenn man so eine Kamera hat, die kann 8K aufzeichnen, dann möchte man natürlich auch die Möglichkeit haben und auch die entsprechende Speicherkarte in der Kamera haben, damit, wenn man das mal nutzen will, man auch bereit ist, das mit seiner Kamera dann halt zu bewerkstelligen. Die ist mir kostenlos für diese Review hier zur Verfügung gestellt worden. Ich zeige euch das mal hier mit einer schicken Verpackung aus Holz gefertigt. Auch hier schön gepolstert, schick. Ein bisschen angelaufen hier an der Seite, aber das soll an der Karte nichts machen. Mir ist da ein passender Karte wieder zur Verfügung gestellt worden. Auch hier wieder mit Holz. Der sieht so aus. Auch Aluminium, wie die heute alle so gefertigt sind. Hinten USB-C Anschluss. Und das sieht ganz nett aus. Die kann laut Verpackung 1200 MB die Sekunde lesen und 700 MB schreiben. Wer die anderen Videos zu dem Thema auf meinem Kanal schon verfolgt hat, der weiß an meinem MacBook Pro. Da kann ich gerne so einen schnellen Cardreader anschließen. Aber der Bus, der bringt mir da nicht die volle Geschwindigkeit. Deswegen kann ich euch hier keine Speedtests am Rechner zeigen. Obwohl die da auch relativ schnell war. Mit dem Laser habe ich hier 700 MB lesen und schreiben hinbekommen. Also das ist alles im grünen Bereich. Aber was für mich viel wichtiger ist und was ich immer dann teste, weil das Ganze soll ja praxisorientiert sein. Ich habe mit der Canon EOS R5, die habe ich mir schön eingestellt, auf 8K RAW in Canon Log 3 und dann meine obligatorische Uhr aufgezeichnet und dann das Ganze aufgezeichnet, bis die Karte entweder abbricht oder die können EOS R5 hitzebedingt aufgeben muss, was sie Gott sei Dank nicht getan hat. Und ja, ich kann euch so viel verraten. Hier sind 8K Videomaterial drauf und zwar 26 Minuten, die ohne Probleme auf der Karte geschrieben wurden von der R5. Also der Cache der Kamera, der konnte immer zeitnah weggeschrieben werden. Denn die Karte war schnell genug und das Ganze zeige ich euch gerne natürlich nochmal, bevor wir gleich auf den Preis der Karte kommen. Da gibt es nämlich noch ein Angebot hier heute, was ich euch geben kann. Da hat der Hersteller mir noch einen entsprechenden Code gegeben. Ich packe euch hier mal eben den Pfeil, aber erst mal hin, damit ihr wisst, ob sich das überhaupt lohnt. Ihr seht, ich habe hier diese Uhrzeit wieder aufgenommen. Wir gucken uns mal die Eigenschaften hier im Premiere von der Datei an. Das sind 8K, das sind Dateigröße 476, die unterscheidet sich immer die Netto-Größe von der eigentlichen auf dem Datenträger. Wir haben eine Framingarte von 29,97, also 30 Frames. Der Ton ist dabei und wir haben 26 Minuten aufgezeichnet. Ihr seht, praktikabel ist die Karte, sie funktioniert. Sie holt das Maximum aus einer Canon EOS R5 zum Beispiel raus. Mehr kann die nicht wegschreiben. Ihr kriegt alles damit auf die Karte. Wichtig natürlich, und das ist das Schöne, weil jetzt gibt es so langsam einen Markt für diese Karten, die am Anfang ziemlich selten waren. Dann waren sie wieder nicht lieferbar. Dann waren sie unanständig teuer. Aber mittlerweile gibt es halt auch einen Markt dafür. Deswegen zeige ich euch auch gerne, wie die Preise im Moment aussehen. Ich habe hier, und das finde ich tatsächlich einen fairen Preis, wenn ich überlege, was ich für die ersten bezahlt habe, habe ich hier einen Preis von 186,15 Euro. Das Ganze verlinke ich euch unter dem Video. Da gibt es die CF-Express-Karte mit 512 GB Kapazität, inklusive dem Laser schon dabei. Also den Laser, die meisten, die da einsteigen, haben natürlich diesen Laser für die Karten nicht. Onboard im Laptop ist das auch sehr selten. Also wer da noch Bedarf hat, der kann sich da gleich hier entsprechend bedienen. Und es gibt noch eine 5 Jahre Garantie auf die Karte. Also wenn es da mal Probleme geben sollte von der Qualität, da gibt es ja bei dem einen oder anderen Hersteller schon mal Probleme, der hat hier auch kein Problem. Und heute kann ich euch bis Ende März, bis zum 27.03. dieses Jahres, kann ich euch hier noch einen extra Code anbieten, und zwar für die 1 TB und 2 TB Variante, und zwar bei Amazon. Das verlinke ich euch auch unter diesem Video. Da könnt ihr hier diesen Haken anklicken, den viele vergessen. Da gibt es auch Coupons, die das Ganze nochmal reduzieren. Jeweils 10 Prozent, entweder bei der 1 TB oder 2 TB Variante. Und es ist unter dem Video hier noch ein Gutscheincode, den ihr dann im Warenkorb auch nochmal einpflegen könnt. Da kriegt ihr nochmal zu diesen 10 Prozent nochmal 5 Prozent. Also ich denke mal, da kann man sich das gerne mal angucken, wenn man da im Moment gerade Bedarf hat. Also schnell genug ist die Karte, man kann damit ordentlich arbeiten. Das ist alles praktikabel. 8K kann sie wegschreiben. Da kann man halt, wenn man will und muss, manchmal muss man ja auch, wenn man nicht nah genug rankommt, dann kann man dann entsprechend da in sein Videomaterial reinkroppen. kann man halt mit der Karte ordentlich anerkennen. EOS R5 auf jeden Fall arbeiten. Andere Kameras brauchen auch eine CF-Express-Karte. Ich habe keine eigene andere außer der EOS R5. Von daher, ja, natürlich auch für andere Karten oder für andere Hersteller, für andere Kameras natürlich auch das Gleiche wahrscheinlich gültig. Kann ich aber hier so dann nicht bestätigen, ohne es selber getestet zu haben. Was ist auch interessant, ja, ein kleiner Hinweis vielleicht noch, wenn ihr nur eine Karte braucht, um eventuell Bilder abzuspeichern oder ein Backup eurer Bilder da zu haben, also beide Karten-Slots nutzen zu können, wenn ihr jetzt irgendwo so arbeitet, dann würde ich euch natürlich nicht unbedingt so eine ganz teure Karte empfehlen. Erstmal nicht so eine große 512 Gigabyte oder noch größer, sondern auch eine 256er oder 128er. Und so schnell müssen die beim Bilder abspeichern natürlich nicht sein. Das Thema ist eher wirklich was für 8K und dann Videografieren und nicht beim Fotografieren. Ich hoffe, das Ganze war ein bisschen informativ für euch und vielleicht ein guter Spachttipp, wenn dem so ist. Ihr kennt das. Daumen hoch. Das hilft mir bei der Bewertung des Videos. Wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Ihr hört an meiner Stimme. Ich bin noch nicht so ganz genesen, aber ihr merkt an der Identität der Videos, die hier gerade auf meinem Kanal sind. Ich bin hier einiges am Nachholen an Reviews und wenn ihr keins dieser Reviews verpassen wollt, aktiviert euch die Glocke, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr eine Info, sobald ich ein neues Video hochlade. Bald gibt es auch wieder zu der Canon EOS R6 was. Die steht da schon bereit und wartet darauf, dass ich euch die Schritt-für-Schritt-Videos wieder erstelle. Hier filmt mich gerade die Canon EOS R10. Auch dazu wird es dann demnächst natürlich hier mehr auf meinem Kanal geben. Ja, und wenn ihr bis hier ausgehalten habt, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020